Das Spiel wurde mir empfohlen und wieder nicht in die Kommentare und wieder vor Zapp und ja ich gehe mal drauf. Ich habe hier eine Runde getestet, weil ich finde das schon ziemlich schwer. Und ja, das mache ich hier. Abwurf, okay. Oh ja. Also ich will einfach ein bisschen Geld holen, deswegen. Also das geht nicht mit, sondern dass ich einfach nur Geld holen, dass ich mir eine neue Figur kaufen kann. Weil ich will keine neue Figur kaufen. Die ist Karte. Oh, Sportskanone. So sieht ja auch aus. Nur Fahrzeug sind gefährlich. Ja, also ums Spiel geht. Man muss... Wie steht hier über... Wie steht der Chicken Jump Champion? Ja, ich bin der Chicken Jump. Wir müssen, wie ihr seht, zack, hier drüber springen. Und es gibt immer verschiedene Wellen. Gott, nein. Und ja. Man muss immer drüber springen. Man darf nicht erwischt werden. Ja. 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 Boah. Zack. Bam. Warum ist... Also das ist echt cool, aber... Warum heißt es Chicken Jump? Oh. Wie schnell es wird. Highscore. Chichi. Aber was ist los? Chichi. Oh. So. Bom. Stecken. 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 Und das... Jo. Okay. Ja. Schuppelauf. Im Haus. So. Ja. Schuppelauf. Habt ihr das doch auf ne Runde... Achso. Komm. Das ist doch ne Runde. Nur Fahrzeuge sind gefährlich. Echt. Das hast du nicht grad eben gesagt. Nur Fahrzeuge sind gefährlich. Yeah. So. Warte jetzt. Und ja. Polizisten. Polizisten. Polizisten ist weg. Zack. Zack. Oh. Eishäuschen. Indianer. Ja. Zack. Rotfisch. Schon wieder. Mit meinem besten Freund. Der kann auch nicht hüpfen. Das hat er schon gesagt. Und ja. Dafür kann ich einfach nicht. nichts. Och Gott. Tja. Äh. Wie ist denn das? Oh. Werbung. Yay. Also. Hier ist natürlich beste Qualität in meinen Videos. Mit Werbung drin. Das ist ja klar. Hier. Können wir euch gleich installieren. Ja. Wirhle geht's. Du fahrt so es nur gefährlich. Komm man. Vielleicht andere Tipps lassen. Hier redet auch noch von dem ich gestorben steckten Tempo. Ganz ehrlich. Ich habe gedacht nur die Autos in schnellstempo. Das für mich gut wäre aber. Ich krieg ja nichts für mich gutes, ne. Ich hab doch gottes Geld geholt. Es wird einfach von mir klaut. kann man auch einen Doppelsprung machen, man kann wenn man lange draußen in die Zeit machen noch ganz lang machen oh Gott, es wird immer schön schneller ja, Schneckentempo Gott, ich hasse Schneckentempo mein Schneckentempo ist immer so langsam also echt jetzt und ja, wir machen hier nochmal eine Runde werfen jetzt rein oh, 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 das ist eine gute Runde das sehe ich schon ja, ja, ja nicht besser als vorher, aber das ist gut das ist ja doch oh, das ist eine schöne Runde noch mehr Münzen nicht neue Figur 100 Euro ich nehme immer hier die linke Hipster benutzen, komm wir benutzen den Hipster oh, 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 oh das sieht jetzt aus so jo, ich bin verstanden bitte oh, der macht rückwärtssprung der hat das da so also, huh keine Ahnung, kommt das nur mehr oder ist die Sportkanone höher gesprungen oder länger ich glaube eher länger ich glaube eher länger weil der springt echt hoch aber der kann über den Bäumen springen aber warum steht er eigentlich hier auf die Straße und warum rollen da überhaupt Autos über die Straße und niemand macht da was ja gut, ne Schneckentempo, ich hasse es wie ich man ich hasse es Schneckentempo ist das Schlimmste nur Fahrzeug sind gefährlich ja das wissen wir schon warte geht's mit Werbung ja und falls ihr Bock habt auf die Folge dann können wir auch auch mal ein Like da lassen dass ich sehe dass ihr das misst du fange fünf Münzen das schaffe ich fünf Münzen die sind da Welle eins fange fünf Münzen da ist doch gleich eins, oder? das fange ich noch ich hab gesagt ist erledigt fange fünf Münzen ist auch noch da und meine eigene Kollegen mitgeschleppt ne oh Gott uah du 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 ich bringe gerne so rückwärts so und und falls ihr noch Challenges habt was wir hier machen kann mal irgendwie ich hab schon das Gefühl dass wir uns hier dass man hier so richtig richtig schöne Challenges machen kann so wie mit in ganze Zeit springen oder so oder ja da kann ein Mensch drin oh na gut ne hr 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 da was ist das hier mission nutze fünf münzen um neue figur freizuschalten wie oft ich das gemacht habe aber egal also jetzt geht es war kein fahrzeug also das nur fahrzeug ist gefährlich spiel die zwei spiele spielen oh gott ok ok ich bin gerade alleine zu zweit oh gott ist schwer wenn ihr wisst wie ich mache also es gibt sogar andere spielmodus schöne sache zack was oh gott der wurde einfach mitgenommen jetzt bin ich noch alleine so warum fahrt eigentlich alles so schnell eine neue figur freigestattet habe ich ihre forscher kaum benutzen also bestimmt so eine ewig lange folge aber mal gucken was der kann ich glaube ja gut ich glaube der kann sehen ich glaube der kann sehen wie man springen muss und zu mit janem ist bis es so die heck hex oder so ja oder was kann der ich darf nur eh raus der kann gar nichts guck ich hab doch gesagt dass die katze am besten wird guck mal ich hab mein zwillingsbruder aus dem baumhaus geholt ja gut wie weit man leben retter sein kann ja und springt zack gg ich glaube wir machen wir machen noch einmal holen uns noch eine figur und dann sagen wir ja oder vielleicht später eine katze ich will die katze haben ähm jetzt neue figur holen ok äne mene also ich fang mit der an äne guck hier dauerne punkt ist äne mene miste es rappelt in der kiste äne mene weg und du bist äne mene weg und du bist weg ich will nicht äne mene miste es rappelt in der kiste äne mene weg und du bist weg mit der katze so und das ist doch so ein zugringer ok komm ich muss benutzen also muss nicht aber will gerne benutzen und ja ich kann es kann auch eh nicht weitergehen wenn ich jede figur benutzen möchte egal ich glaube ja ich glaube jeder hat so eine andere fähigkeit und die sportkanonen können immer hüpfen aber ich glaube mit dem gewicht was er da drauf hat ob man da so weit hüpfen kann wie er das war ich eigentlich zu bezweifeln aber komm man ich brauche noch eine münze dann kann ich mir nochmal was kaufen wie immer ja nee doch nicht aber komm hier ja schöne sache und jetzt kaufe ich noch die letzte wirklich die letzten karten also die letzte karte war dann ich könnte ja noch ewig weiter spielen äh ep fortschritt ok ein figur benutzen eine miene nee feuer salamander mach Beine auseinander mach Beine wieder zu und raus bist du feuer warte ich nehm wie immer die hier äh wilde schwesten benutzen das ist das letzte mal wo ich irgendwas benutze und ja hey lol was kann der der ist einfach platt platt wie ein Zylinder der ist getriggert äh ja und dann würde ich euch sagen das war's für die heutige Folge falls es euch gefallen hat dann lasst unbedingt ein Like da falls ihr neu auf diesem Kanal seid dann könnt ihr auch abonnieren und die Glocke aktivieren und bei sieben Likes kommt direkt die nächste Folge und wenn ich die Katze gezogen habe kommt direkt die nächste Folge und ja das war's für die heutige Folge wenn es euch gefallen hat dann lasst euch doch auch rein bis dann und ciao Leute bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann